Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 20. Februar 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1319 und wir starten alle gemeinsam in eine neue Woche. Wir haben heute die folgenden Themen. Paramouth Plus, Stadia, Snapchat, Ikea, Huawei und OnePlus. Dann starten wir doch gleich mal mit Paramouth. Paramouth Plus ist ein Streaming-Dienst, der erst im letzten Jahr zu uns in die Schweiz gekommen ist. Kurz vorher war er schon in Deutschland. Da ist er relativ günstig unterwegs, wie auch in den Staaten. Aber das scheint nicht zu genügen. Eigentlich hiess es bei den Quartalszahlvermeldungen, dass es dem Unternehmen relativ gut geht. Natürlich gibt es Abschreibungen und Minus wegen zu viel Produktion und zu wenig Einnahmen. Aber man sieht sich auf gutem Wege. Man hat auch im letzten Jahr sich um 10 Millionen neuen Kunden erweitern können. Aber das scheint doch nicht genügend zu sein. Deshalb starte man in den USA eine Preiserhöhung. Diese ist auf 20% angesetzt. Das heisst, es kostet nicht mehr 10, sondern 12 Dollar. Das normale Abonnent. Und das mit der Werbung drin kostet nicht mehr 5, sondern 6 Dollar. Man möchte das auch ausweiten auf ausgewählte Länder weltweit. Wir dürfen gespannt sein, welche das sein werden. Vielleicht wird jetzt zum Beispiel in Deutschland der Preis auch auf Schweizer Niveau angehoben. Und oder die Schweiz wird noch mehr gemolken. Das hält mich gerade davon ab, es doch nochmals zu versuchen. Oder erstmals versuchen mit dem Streaming-Dienst. Aber mal schauen. Vielleicht irgendwann dann doch. Stadia und nein, keine Angst, Google hat es nicht zurückgeholt. Es ist und bleibt weg. Dieses Gaming-Cloud-Plattform-Geschichte. Es gibt neue Zahlen rund eben um Stadia. Und auch einer der Gründe, warum wahrscheinlich eben das Ganze so schnell dann auch wirklich beerdigt wurde. Mit recht viel Aufwand. Vor allem auch monetären Aufwand für Google. Man hat sich nämlich die Zahlen ein bisschen genauer angeschaut, die einzelne Dienste so weltweit haben. Microsoft, Sony, NVIDIA, Google und Amazon. Und das dann darunter gerechnet und auf prozentuale Anteile gemünzt. X-Cloud zum Beispiel kommt auf 20 bis 30. Dann PlayStation, die Cloud kommt auf 30 bis 40 Prozent Anteil. 20 bis 30 Prozent liegen bei NVIDIA. Und dann bleibt noch 5 bis 10 für Stadia. Und das reicht natürlich hinten und vorne nicht, um so eine ganze Maschinerie am Laufen zu halten. Anscheinend soll am Höhepunkt bei Stadia, vierten Quartal 2021, gerade mal 800.000 Nutzende da gewesen sein, die das Abo genutzt haben. Und das ist natürlich schon etwas, womit Google nicht wirklich vorwärts kommt. Schade, schade. Aber man hat doch zu viel angekündigt oder zu wenig gehalten oder zu spät geliefert oder alles zusammen. Aber dafür geliefert hat Snapchat. Die vermelden nämlich nach eigenen Angaben neue Zahlen. 750 Millionen monatliche Nutzer sind da auf der Plattform. Täglich sollen es 375 Millionen Anwender sein, die die App öffnen und kurz oder länger da reinschauen. Nur 150 Millionen sind in den USA. Der Rest ist weltweit verteilt. Somit ein recht kleiner Anteil, in Anführungsschlusszeichen, drüben in den Staaten. Man möchte in den nächsten Jahren die Milliardengrenze knacken. Dann drücken wir doch mal ganz viel Daumen. Neu gibt es die ersten, wie sagt man dem schon wieder, Aufschlitzbilder. Teardown-Bilder, jetzt ging es, vom neuen IKEA Windrickska. Also dem neuen Modell, um den Wert im Haushalt zu bestimmen. Dem Nachfolgemodell, von dem, den ich euch vor Jahren, zweieinhalb Jahren, vorgestellt habe, mit dem Display und neuen Möglichkeiten drin. Dort sieht man ganz genau, wie das funktioniert. Neu ist, dass diese Teile sich nicht mehr so, oder das neue Teil sich nicht so einfach öffnen lässt, wie das vorhergehende Modell. Neu braucht man drei unterschiedliche Schraubenzieher, um ans Innere zu kommen und da dann eventuelle Modifikationen vorzunehmen. Was haben wir gesehen, was wir noch nicht wussten? Eigentlich nichts, ausser, dass eben der Thread-Sensor nicht freigeschaltet ist. Das gleiche soll übrigens auch beim Dirigerer Hub sein. Auch der hat ein solches Modul verbaut, aber auch das ist nicht aktiviert. Konnte aber vielleicht kommen, wenn dann Thread respektive Matter komplett freigeschaltet wird für das Gerät. Und jetzt kommt sie doch. Ich habe ja lange gehofft, dass sie wirklich kommt. Die neue Huawei Watch mit integrierten Kopfhörern, die man dann ein Display aufklappen kann und rausholen kann. Eine coole Geschichte. Gibt es ab 499 Währungseinheiten ab dem 1. März. Aber ich weiss noch nicht, ob es auch in die Schweiz kommt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und mir den auf jeden Fall genauer anschauen. Und zu guter Letzt habe ich euch noch einen kleinen Video-Hinweis. Ich habe gestern Abend noch mein OnePlus Buds Pro 2, die In-Ear-Kopfhörer, vorgestellt in einem Unboxing und einem ersten Eindruck. Ich habe gezeigt, wie sie sich konfigurieren lassen und beschrieben, wie das sie mir gefallen. Wenn das interessiert, Links wie immer auf daily.kiktok.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens direkt zum Anklicken und Anschauen. Viel Spass damit. Euch einen schönen und guten Start in die neue Woche. Und wenn ihr mögt, bis bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.